Peace Freunde und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir mal wieder auf ein FIFA Video und zwar die besten Tore in EAFC 24. Ich bin gespannt, was für Tore dabei sind. Nikita hat die Clips rausgesucht. Ich denke, da sind geisteskrasse Tore dabei, deswegen bleibt von Anfang bis Ende dran und schaut mal, ob ihr das auch könnt. Lasst gerne ein Like da. Warte mal, hat Quaradonna auch Trickster Plus? Ich liebe Trickster Plus. Da kann man so geil die Gegner mit hochnehmen und muss nichts machen, aus dem rechten Stick reindrücken und den Stick in die Richtung, wo man hin will. Zack. Das waren gerade drei mal hintereinander Trickster, ne? Ihr wisst, der hat selbst nichts gemacht. Das war alles der Spieler selbst. So geil. Wie kann dieses Torf Nummer 1 kommen? Wie kann dieses Torf Nummer 1 kommen? Nein, 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 nein. Schnell weiter skippen. R9, Digga. Mal. Malen ist besser als R9. Olay. Hüpp. Was laberst du? Was sind das? Was redest du? Was sind das für Kombis? Was haben meine Augen da gerade gesehen? Malen ist der beste Spiel auf diesem Planeten scheinbar. Alisson ZM, freund. Ich erzähle es euch immer wieder. Diese SPC ist sehr, sehr witzig. Hoppala. Damit rechnet man ja nicht, dass Alisson solche Tricks raushaut und so. Einfach Skillrun. Geil. Was sind das alles für Abschlüsse? Ich muss mehr Power Shots benutzen scheinbar. Ich muss mehr Power Shots benutzen. Das ist ja komplett krank. Das Jahr 2023 ist vorbei. Und wir haben schon einige fantastische Goal gespielt. Gut, dass ich bei diesem Bug in Amerika war. Genau wo dieser Bug da war, war ich in Amerika und habe nichts davon mitbekommen. Außer halt die ganzen Clips. Und weil mein Kollege in Amerika einfach Weekend League gespielt hat. Digger, dieser Skill sieht immer so geil aus. Jawohl, jetzt Seidfallzieher. Schade, wieso macht er keinen Seidfallzieher? Oh, mit Hörlo? Hörlo ist krass. Der kann gar nicht so crazy scale. Drag-back-fake. Noch ein Drag-back-fake. Okocha mit Knie nochmal. Bam. Geil. Hansen. Die kriegt den T-Mop hier, ne, Freunde? Die kriegt einfach T-Mop hier. Das wird die beste Karte, das spielt. Bruder, die wird so gut, ne? Was macht er mit... Mit ihr? Alter. Neymar. Mach jetzt noch was mit Trickster Plus. Mach noch was mit Trickster Plus. Nein, mach noch was mit Trickster Plus, bitte. Jawohl. Oh. Nein. Was redest du? Boah. War schon geil. War schon geil. War schon geil. War schon geil. Direktabnahme. Einfach direkter Abnahme. Was passiert hier? Bro, ich hab das Gefühl, ich guck mir grad ein tiefer 12-Video an oder so. Was sind das für kranke Tore? Ihr merkt selbst, ne? Ich glaub, ich muss darauf öfters reagieren. Digger. Wenn ihr ein paar 2 sehen wollt, lasst ein Like da, dann seh ich, dass ihr Bock drauf habt. Das ist ja komplett geistes. Hä, seit wann kann man solche Tore schießen? Wie schlecht wusste das nicht. Guck mal, das ist das Ding einfach von Mittellinie. Hier sogar mit Tutorial. Tutorial sogar. Könnt ihr nachmachen, Freunde. Es hat geht leer. Ist das krank. My best goal in EAF zu 24. Check mir, wie die immer so geil den Ball in den Netflix nicht mehr flicken können, ne? Digger, was ein kranker Fallholziger. Aber auch der kam mit 300 Gramm. Ah, einfach. Crazy. Mit Controller eingeblendet. Er hat Controller eingeblendet. Was laberst du? Und Hundler. Nein. Wenn er jetzt noch ein Tor macht, ne? Der Gegner versucht mit aller Kraft den Ball zu bekommen. Ihr seht's, ne? Er verteilt sogar gut. Aber er hat's noch viel besser gemacht. Playstation nehmen. So, nehmen. Guck mal, nehmen. Penst auf. Raus. Ganz klar. Guck jetzt, meine Wäsche wieder. Oh, shit. Dragbag fake. Dragbag fake. Boah. Dragbag fake ist wirklich sehr OP. Aber der ist auch sehr schwer, der Skill. Der ist nicht so einfach, Freunde. Hallo, motherfucker. Fail-Animation. Komm, jetzt auch noch. Digga, soll ich mal wieder auf so ein Fail-Video reagieren? Das ist auch immer ganz geil. Was macht der? Wenn die A sagt, der Pass kommt nicht an. Die A wollte nicht, dass der Pass ankommt. Und deswegen ist genau das passiert. Und ihr sagt immer, das Game ist nicht gescriptet. Das liegt an dir. Ja, normal liegt das an dir. Er hatte Illusionen oder so. Er dachte, dass seine Freundin fängt damit, ihr rumzuknutschen mit dem Pfosten. Hör mal auf, hör mal auf. Wie kann so was eigentlich entstehen? Das ging nur mit Spielern, die Trickster Plus hatten, ne? Oh, was ist das für ein Dribbling hier von Hansen? Seid mal ehrlich. Digga, das ist unfair, was er macht. Was laberst du? Die Bälle gehen bei mir niemals, weil die werden zur Eckfahne gehen bei mir. Bro. Bro, er spielt 1 auf Ho. Bro. Ja, normal. Ja, normal und jeder Ball kommt an. Ja, Bruder, bei mir. Ich hab krach, irgendeinen Pass zu spielen. Er macht einfach mit Viereck alles und dabei noch Trickschuss. Und jeder Ball kommt perfekt an. Hör mal auf. Hör mal auf, Gegner. Das war ja zu geil. Digga. Ich bin blöd, verblüfft. Lasst ein Like, da lasst ein kostenloses Abo da. Ah ne, hier kommt noch ein Clip. Direkt. Direkt. Ich kann das alles nicht mehr. Mit Quartoir. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Peace.